Hier präsentiere ich Ihnen die neue Piccolo Bellavita. Durch Lux als Erfinder der einzigen klassischen Kleinbadlösung, Raumkonzeptlösung, hat seinerzeit mit über 45 Bausteinen vor 10, 15 Jahren gestartet. Lange Zeit Ruhe, hier die zweite neue Generation. Wir haben die gleichen Features aufgenommen, die das Alter auch beinhaltet hat. Wir können miteinander Badewanne und Brausetasse kombinieren. Und das im Baustein-System, haben dort ein komplett neues Ablaufsystem, arbeiten mit Schürzensystemen aus unserem bewährten Panelprogramm, in vielen, vielen Farben erhältlich, arbeiten mit einer Glastüre. Und diese Glastüre hat eine Besonderheit. Wir haben in den Radius des Glases, den Radius der Brausetasse mit eingearbeitet, bringen hier im Bereich der Brausetasse eine kleine Nase ins Acryl an und erhöhen somit auch die Reinigungsfreundlichkeit für den Nutzer.